Hallo liebe Leute, hallo Würzburg, hier ist eure Grinsekatze. Ja, es gibt so Termine, auf die man sich ganz besonders freut, wenn man mit der Ente durch die Gegend fliegt. Es gehört definitiv der nächste Montag dazu. Das ist der 27. Oktober. Dann holt mich meine Vergangenheit ein. Ich werde vortragen aus meinem Buch, aus meinem verrückten Sportlerleben. Sportlerleben vor allem, vielleicht doch eher Sportreporterleben. Und natürlich wird dieser eine wahnsinnige Tag in Würzburg auch nochmal aus meiner Sicht erzählt werden. Der D-Day 2011. Freue mich auf euch. Erst knapp 300 Karten weg. Ich habe gedacht, 3000 würden kommen. Freue mich auf euch. Tschüss. Ist übrigens Mallorca hier. Wer kann, der kann.